Verdammt, das war jetzt wirklich schlecht. Da komm. Spüre, spüre, den Schmerz. Spüre, das Leiden. Und da hast du alle die kleinen Viechern abgetan hast. Und die vergälbte Blüte und Elend, die darauf folgen, kommt. Und die zerspätern wird. Wie ein fauliger alter Pfirsich, der so lange der Sonne nahm. Ja, so ungefähr sollen sie sich nicht fühlen und verreckt. Und wir sind fast weg, Freunde, das geht's immer gar nicht. Und der nervt langsam, der Typ. Hilfe, Hilfe, Alter. Wo ist mein Joint, Mann? Boah. Haha. Das kann bloß Rayman schaffen. Okay, wo bist denn du jetzt, so, Kumpel? Boah, wie viele? Was? Boah, das ist ja böse. Boah, wir sind gleich weg, Freunde. Das geht ja mal gar nicht. Dass wir gleich weg sind. Was muss ich unterbinden? Ah. Fühlt man sich schon gleich ein bisschen wohler. So, wo ist denn der Heini? Ach, da oben. Wie komm ich denn da ran? Scheiße. Na, Raketendingest, oder? Anders wüsste ich nicht, wie. Na, wo bist denn du? Was ich nicht verstehe, wieso Rayman sich die Soße nicht einfach einpackt und mitnimmt. Wahrscheinlich sind sie so mit voller Energie gelandet, dass man sie nicht so mit bloßer Hand anfassen kann. Oder nicht so lange mitschleppen kann. Genau das wird es sein. Mann, wo ist denn der blöde Schuh jetzt, äh? Da ist er. Boah, hör doch mal auf zu nerven. Hilfe, Hilfe. Wo denn noch dieses Monoton, ey? Das nervt mich. Wenn er mal so sagen wird, Hilfe, Hilfe, rette mich, rette mich. Kannst du nicht mehr bitte was für mich tun? Hilfe. Mal ein bisschen Abwechslung, weißt du? Aber der gehört halt, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Alter, das nervt sowas von. Ey, komm her. Hilfe. Ich antworte jetzt immer zurück mit Hilfe. 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 Achso, scheiße, den wollte ich gar nicht. Wo ist denn das Opferchen? Das war doch da. Hat hier keiner in Orangen eine Dose von den Typen? Vielleicht kommt hier noch einer rausgesprochen. Ja! Endlich! So, damit du auch mal endlich deine Fresse halten kannst und mich in Ruhe lassen kannst. Nummer 3! Okay, jetzt können wir weitergehen. Was, noch einer? Ihr wollt mich verarschen. Wo ist denn hier noch einer? Ja. Ich hab eben noch einen gehört. Oh Gott! Nein, nein, nein! Ich warte zurück! Scheiße! Ach, nö! Oh, Mann! Und noch! Wo bin ich denn jetzt? Ah, jetzt bin ich wieder hier! Super! Och, nee! Okay, ich hab gesehen, dass man da... Oh, wir sind wieder fast voll. Das gefällt mir. Hilfe! Hilfe! Hilfe, schlechter! Mein lieber Freund! Und... Wie kommt man denn da rein? Ich hab mich mal ein bisschen umsehen. Aber ich will das leider nicht. Hm, vielleicht kommt man da noch hin. Wie müssen die uns überraschen? Ah... Okay, ich hab mich schon bewundert. Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein. Es ist zum Verrücktwerden, Freunde. Ich baue hier durch Scheiße. Hier holt sie nochmal. Hier lang. Jetzt stellt euch mal vor, die Kisten wären jetzt hier nicht. Dann würde ich hier gar nicht hochkommen und das Spiel wäre vorbei. Dann wäre die Welt am Arsch, nur weil diese drei Kisten da nicht stehen. Jetzt müsst ihr euch mal durch den Kopf gehen lassen. Oder? Schicksal. Wir merken, ich muss diese dieser komischen Klammerdinger benutzen. So, zack, 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 zack und hepp. Ach, da ist er ja. Nummer vier. Yeah. Kisten sind cool. Ei, ei, ei. Wo bin ich denn jetzt schon wieder? Oh, dieses Elektro-Dick ist voll geil, Mann. War ich denn nicht schon? Doch, hier war ich doch schon. Ist ja witzig. Also, jetzt wirklich, ist ja witzig. So. Ha, diesmal bin ich nicht so doof. Ey, Leute, das war echt eben was, ey. Mann, Mann, Mann. Warten. Und weiter. Wo ist überhaupt Klobox abgeblieben? Aua. Und wir sind wieder voll. Ich glaube, diesmal müssen wir uns erst mal beeilen. Und wieder volle Konzentration, ey. Ich hoffe, jetzt müssen wir nicht noch mal das blaue Ding benutzen. So. Doch, müssen wir. Ei, 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 das war knapp. Aber geschafft. Ach, Hel... Ah. Okay. Und ich fühl mich immer sofort immer umsehen. Das ist immer... Ich will immer sofort alles erkunden. Aber... Wenn man etwas geduldig ist, dann fühlt man auch so alles. Nummer 5. Ich muss los. Die Zahnpasta mit Schokogeschmack erfinden. Ja. Ihh. Aber jetzt wirst du uns auch beeilen. Oh. Lauf, Raymond, lauf. Du, du wirst dich nicht daran hindern. Ja, hör auf zu labern. Ich will doch keiner hören. Ich will doch keiner hören. Hm, 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 hm. Boah. Danke. Okay, auch dieses Level... Boah, 85%. Also, das muss ich... Also, das muss ich... Das muss ich sagen. Das ist doch... Oh, das ist doch... Nicht schlecht. Eine gute 2. Eine 2 ist es. Jetzt müsste doch mal langsam der Entwegter kommen. Oh, die Fische sind so pegelig. Ach so, der ist schon tot. Macht der mal einen halben Balkenleben oder was? Das ist ja voll easy going. Das passt aber noch nicht, wie ich es sehe. Und da ist wieder jemand gefangen. Habe ich da rüber, einfach so? Ja. Schön. Dann werden wir mal nach oben kraxeln. Ich werde einfach mal die Klamen, die folgen. Ja. So. Ah, je. Ojejejejejej Das war jetzt sehr schlau Na gut Dann werde ich mal den anderen Weg gehen Falls es da einen anderen Weg gab Mal geh lang gehen Boah, das ist ja böse. Boah, das ist ja echt unverschämt böse. Nummer se- 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 sechss. Boah, unsere Lebensanzeige, guckt euch die mal an, Freunde, ist denn geil, oder was? So, was krieg ich jetzt? War eigentlich egal. Zack. 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 Jetzt können wir nach oben gehen, jetzt bin ich glücklich. Diese Lebensanzeige kann ich leben. Ich gucke mir mal die Videos davor an, die ersten Videos, und gucke mal, wie groß da unsere Lebensanzeige hier war, weil die ist ja doch ganz schön gewaltig gewachsen. Und damals, als wir noch den Wasserfall hochgekraxelt sind, oh, das waren noch Zeiten. da war alles noch unbeschwert. Keine harte Probleme. Das ist ja mies. Aber das schaffen wir natürlich. Wir sind ja nicht so. hoch. Super. Auch das ist geschafft. Und ich höre wieder jemanden schreien. Und zwar da oben. hoch. Wie kommen wir denn da hin? Achso. Okay. Ach, ey. Ach, ey. Ach, ey. Ach, ey. Komm, 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 komm. Super. Super. Ach, wir mussten den so oder so befreien. Kann ich mich gar nicht cool fühlen. Oh, da vorne ist wieder blau. Schön. Macht schon Spaß. Den ganzen Turm hochzulaufen. Wenn ich hier einmal runterfalle, wenn ich sowas meine Arsche habe ich keinen Bock das nochmal zu machen. Aber ich musste leider. Naja, was heißt leider? Leider. Warte mal doppelte Punkte. Das ist schön. Warte mal nach oben. Uiuiui. Ich bin schon ein kleiner Entgegner, meine Freunde. Hör mal auf auszuweichen. Wo willst du hin? Hau! Hau! Hau!